Es ist 1981. Ich bin 19 Jahre jung und aufgebrochen aus der Enge meiner Kleinstadt zur großen Nach-Abi-Freiheitsreise in die weiten Prärien Nordamerikas. Ein Gefühl wie Fliegen. Und genau da kreuzt Emma Goldmanns entschlossenes Gesicht meinen Weg. Aufgedruckt auf ein goldgelbes T-Shirt und darunter das Zitat, bei dem ich mich sofort gemein fühle. If I can't dance, I don't want to be part of your revolution. So in etwa, ihr könnt euch eure Revolution an den Hut stecken, wenn ich dabei nicht tanzen darf. Das klingt so frei, so schön, dass ich das T-Shirt sofort anziehe. Dabei hat sie den Satz so wohl nie gesagt. Aber dafür viele andere. Emma Goldmann, Kosmopolitin, Anarchistin, geboren 1869 in Kaunas, dem heutigen Litauen. Sie hatte den Mut vor riesigen Versammlungen zu sprechen, über die Daumenschrauben des Kapitalismus und die verzweifelten Versuche der Arbeiter, gerechte Löhne zu erstreiken. Sie begehrte lautstark und mutig auf für Frauenrechte, für das Recht auf Familienplanung, die Rechte von Homosexuellen, überhaupt das Recht auf Liebe in Freiheit. Sie glaubte, dass eine freiere und gerechtere Welt möglich ist. Dafür gab sie ab 1906 die Zeitschrift Mother Earth heraus. Sie hat den Mut, sich für ihre Überzeugungen ins Gefängnis stecken zu lassen. Sie wird verprügelt, mit Vergewaltigungsfantasien bedroht und setzt dagegen ihre Wortgewandtheit und Klarheit ein, gegen alle Unterdrückung anzurennen und sie nicht hinzunehmen. Früh lehnt sie sich gegen den Vater auf, der sie mit 15 verheiraten will und schon im Alter von 13 in die Fabrik zum Arbeiten schickt. Er findet, Mädchen brauchen nichts zu lernen. Alles, was eine jüdische Tochter wissen muss, ist, wie man gefüllten Fisch zubereitet, Nudeln fein schneidet und einem Mann eine Reihe von Kindern schenkt. Nach einer gescheiterten Ehe trotzt sie ihm die Erlaubnis ab, nach Amerika auszuwandern. Da ist sie gerade mal 17. 1886 ist das, also knapp 100 Jahre vor meiner Reise, bevor ich mich nach dem Abitur in den Flieger nach Amerika setze, steigt sie aufs Schiff und befindet selbstbewusst, niemals will sie sich jemals wieder in einer Ehe unterjochen lassen. Sie schreibt, wenn ich jemals wieder einen Mann liebe, will ich mich ihm hingeben, ohne durch einen Rabbi oder ein Gesetz an ihn gekettet zu sein. Emma Goldman redet immer Klartext. Und auch deshalb ist ihre Autobiografie so lesenswert. Living my life. Eine Frau geht ihren Weg. Ihren freien Weg. Und benennt klar, wenn sie am Wegrand Unrecht sieht. Was den FBI-Chef Edgar Hoover zu der Einschätzung bringt, sie gehöre zu den gefährlichsten Anarchisten Amerikas. Aber sie lässt sich dabei nicht verbittern. Insofern stimmt der Satz auf dem goldgelben T-Shirt schon. Der mit dem Tanzen und der Revolution. So hat sie das zwar nicht gesagt, doch während ihr Lebensgefährte Alexander Bergmann findet, es sei unvereinbar für einen Anarchisten, sich an Luxus zu erfreuen, während das Volk in Armut lebe, schreibt sie, Warum darf man Schönes nicht lieben? Blumen zum Beispiel, Musik, Theater. Schöne Sachen sind kein Luxus. Das Leben wäre unerträglich ohne sie.